Hallo meine Lieben und Willkommen zu einer weiteren Runde Super Mario. Ja, ich schaue jetzt gerade, ob hier noch irgendwas ist, denn manchmal kann man den Braten hier nicht trauen, habe ich das Gefühl. Und wenn man doch hier schon überall hoch kann. Wir schauen jetzt einmal... Aha! Seht ihr das? Da oben sind noch... Ach! Ach komm schon. Aha! Da oben sind nämlich noch... Ähm, Münzen. So, gibt's sonst hier noch was? Nope, nope, nope. Da hinten auch nicht. Okay, dann würde ich sagen, geht's weiter für uns. Uh. So. Feuer machen wir noch, äh, unsere... Die hier kaputt. Ups. Und weiter geht's! Jetzt bin ich gespannt. Äh, äh... Nö, Leute. Kann man dazu nur sagen. Aber gut, wir kriegen das hin. Ah! Das wollte ich nicht. Jetzt bin ich runtergefallen deswegen! Nein! Oh, Leute, das wollte ich nicht. Oh, verdammt. Okay. Nochmal. Müssen aufpassen. Okay, machen wir auch direkt aus. So. Gibt's hier sonst noch was? Okay, da hinten kann man anscheinend lang. So. Mr. Pixie. Was können wir denn mit denen machen? Ah! Man kann die... Ah, okay. Man kann die in eine Richtung steuern. Geh weg! Oh. Das wollte ich nicht. Oh, cool. Immer noch. Geh weg! Ah! Sehr cool. Okay. Geh weg! Da hinten gehen wir auch nochmal hin. Ah! Okay, den hab ich nicht gesehen. Komm her! So. Toll. Ups, man kann da reinstechen. Okay. So. Aha! Ein Versteck. Sehr gut, dass wir das jetzt sehen. Und weiter geht's. Können wir hier oben lang? So. Und was ist hier noch? Ah! Da sind noch Münzen. Die klauen wir uns auch mal direkt. Kommen wir da überhaupt so lang? Aha. Okay. So, jetzt mal schauen. Hier ist nichts mehr. Auch nichts mehr. Gut. Und dann müssen wir jetzt uns nochmal so ein Pixie holen. Und nach da unten. Komm! So. Aber erstmal müssen wir das hier noch kaputt machen. Und zwar... In dem... Jetzt! Da ist einer schon mal kaputt. Und der noch. Okay. So. So. Jeden... Jede Münze wollen wir behalten. So. Jetzt gucke ich gerade mal. Da unten ist aber nichts mehr. Okay. Da auch nicht. Pixie! Komm her, Pixie! Du kommst auch weg. Noch einer. Ach, geh weg. Noch einer. So. Den haben wir dann schon mal. Ja, komm ruhig her. Du nervst mich. So. Den haben wir schon mal. Und den. Und den. Sehr gut. Ähm... Und den. Und... Jetzt müssen wir aber noch... Münzen nehmen. Münzen, 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 Münzen. Ach, geh weg. So. Den, den, den haben wir. Noch einer. Geh weg. So. Und... nach da oben auch noch. Da, 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 da. Sehr gut. So. Aber ich habe da unten... etwas gesehen. Das können wir uns... nicht entgehen lassen. Habe ich das Gefühl. Ach du Scheiße. Okay. 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 Das war knapp. Aber wir haben es gemacht. Schwitzige Hände. Hochzehn. Was los mit euch Vögeln? Gut. Hier ist aber nichts mehr. Wir müssen ja immer sicher gehen, ne? Immer sicher gehen. Dass wir auch alles haben. Gut. Oh. Oh. Okay. So. Weiter geht's, Leute. Wir müssen nämlich nach da hinten... auch mal hoch. Weil da oben... ne? Könnt das sehen, ne? Und du nervst. Geh weg. So. So. Gibt's hier irgendwo was? Jo, da ist wirklich was. Aber wie kommen wir da hin? Ist die Frage... der Fragen. Ich weiß es echt nicht. Oder können wir uns da dran pieksen? Aber das sieht irgendwie nicht so aus, oder? Sollen wir es einfach mal riskieren? Nope. Okay. Jetzt wissen wir es. Wir können es nicht. Aber wie? Wie kommt man da hin? Das frage ich mich jetzt echt. Hier waren wir ja schon überall. Hier waren wir ja schon überall. Du bist mir egal. Geh weg. Und du auch. Und du auch. So. Hier haben wir... Egal. Ich würde jetzt gern wissen, wie man nach da unten kommt. Wunsch. Naja, egal. Erstmal ist es unwichtig. Wir schauen jetzt erst mal. Ich finde diese Löcher immer geil, so. Es ist so stümpf. Und zack. Sonst auch was. Ja, die beiden hier. Okay. Wir haben herausgefunden, diese Löcher sind cool. So. Wo geht es denn jetzt lang? Ah, vielleicht habe ich was herausgefunden. Vielleicht... Kommen wir ja uns da unten irgendwie... Haha, seht ihr das? Ach, es ist einfach nur ein extra Mond? Und es ist unglaublich. Ich weiß echt nicht, wie man nach da unten kommen soll. Frage ich mich jetzt echt. Ah. Ich weiß wie. Und ich weiß, dass wir jetzt... Ah. Seht ihr das? Aha! Wir dachten so, keine Ahnung, wo man da lang kann. Und jetzt wissen wir es. Wieso war das so klar? Könnt ihr uns das mal hier verraten? So. So, wollen wir mal wieder zurück. Ist das lustig. So. Sehr gut. Echt clever, ne? Die Frage ist, wollen wir da rein? Ah, Konfrontation mit den Broodals. Wollen wir das wirklich? Gucken erstmal, ob wir hier noch irgendwas mit unserem coolen Pieksfreund hier machen können. Nope. Don't seem so. Aber ich sehe da oben noch Coins. Hallo? Das können wir uns ja jetzt hier nicht entgehen lassen, ja? So. Komm, hör. Komm zurück, mein Pixie. Wie kommen wir denn nach da oben? Ne, wo war das jetzt? Äh, 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 äh. Es war doch da oben. Jetzt müssen wir nachdenken, Leute. Darüber ja nicht. Hm? Hm. 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 Wie kommen wir da hoch, Leute? Ich will diese Münzen da haben. Weil hier können wir ja nicht dran pieksen. Wartet. Vielleicht können wir ja. Aha. Ich hab's mir doch schon gedacht. Wieso wusste ich das nur? Okay. So. Jetzt haben wir die auch. Lustig. Kriegen wir noch mehr hier? Nee, Leute. Ist ja unglaublich. Gut, jetzt wird das gesehen haben. Oder auch nicht. Aha. Okay. Ich würde sagen, die Konfrontation mit den Brudels machen wir in der nächsten Folge. Ähm, ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.